Und damit hallo und herzlich willkommen zu Diablo 4. Ich bin der Rabo, das Spiel kommt tatsächlich am 6. Juni für alle aktuellen Konsolen außer die Switch und den PC raus. Ich spiele hier die Deluxe Edition, die kann man sogar heute schon spielen, wenn man es vorbestellt, auf der PlayStation 5. Ich habe damals Diablo 3 tatsächlich die Story durchgespielt und damit doch durchaus ziemlich viel Spaß gehabt und bin jetzt hier kein Profi-Spieler, aber so Action-Rollenspiele, Hack'n'Slash-Spiele bin ich eigentlich immer dafür zu haben, habe auch mal damals Path of Exile habe ich angespielt gehabt, Sacred 2 habe ich durchgespielt gehabt, sogar zweimal, weil es mir so gut gefallen. Hat richtig gutes Spiel, Sacred 2, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es auf jeden Fall und in der kürzeren Vergangenheit habe ich Grim Dawn gespielt gehabt. Auch richtig, richtig gutes Spiel gewesen, hatte ich richtig viel Spaß mit. Auch eine ganz klare Empfehlung auf jeden Fall für das Spiel und ich freue mich natürlich jetzt, dass hier mit Diablo anscheinend hochwertiger Nachschub kommt, denn das Spiel ist bis jetzt von der Presse ziemlich gut bewertet worden. Jetzt natürlich noch die entscheidende Frage, interessiert euch das Spiel? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dazu ein komplettes Let's Play mit Videos mache oder ob ich dazu Streams machen werde oder ob ich es einfach nur privat weiter zocken werde. Wenn ihr also mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreibt jetzt mehr in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann legen wir los mit der ersten epischen Zwischensequenz des Spiels. Einladen das Ganze soll ja ein bisschen düsterer wieder sein als die letzten Teile. Na also bitte, bisschen freundlichere Ausdrucksweise hier. Ui, wir buddeln in der Kirche, nie ne gute Idee. Sie haben uns gewittert. Rennt! Ui, der Sprecher kommt mir bekannt vor. Woher kennt man den Sprecher? Der kam mir sehr bekannt vor. Blizzard Entertainment präsentiert! Rennende Menschen mit Fackeln. Vergiss ihn! Du musst durchhalten! Der Sprecher, der ist noch bekannt. Ah, wen spricht der noch? Das kommt mir richtig bekannt vor. Was soll das denn werden? Das schafft er in ihrem Leben! Er muss aber... Gesegneter Akarat. Dein ewiges Licht beschützt mich. Dein kündlicher Rat leitet mich. Gesegneter Akarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein. Nein, ich... Ich... ich wollte doch nur... antworten. Sie kommen! Ich weiß. Na los. Wirtswald! Bricht das Siegel. Du musst das Tor öffnen! Ich mach diese Zwischensequenzen beim letzten Teil auch schon ziemlich gerne. Mit rein... Sie kommen! Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt... Ich versteh's nicht. Das Blut zeigt den Weg. Blut, das ist der Schlüssel! Blut ist der Schlüssel! Ah! Was? Ich brauche zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht das Blut der Willigen muss. Ist das euer Ernst? Oh! 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 Es klappt! Nicht cool. Niemand wird zurückgelassen, schonmal was davon gehört. Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's! Wenigstens müssen wir das golden nur noch dritteln. So kann man's natürlich auch sehen. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das! Oh! Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Äh... Äh... Preis... Preiset... Die... Die Schöpferin! Oh! Preiset die Tochter! Oh nein! Nein, nein, nein! Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten! Der Text ist eine Beschwörung! Ich kann das nicht aussprechen! Klick mich nicht ab! Wir sind für Schätze gekommen! Wo sind wir hier? Ich... Ich weiß nicht! F... Vielleicht in einem Tempel! Oder... Oder in einem Grabmal! Es ist ein Tor! 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 Oh oh! Was ist denn der Typ von vorhin gewesen? Von der Stimme her? Und dann hat er es doch überlebt! Was zur Hölle? Und Blut... ... ist der Schlüssel! Hohohohohohoho! Okay! Uh, ich glaube er ist einer von denen geworden! Uh... Oh, der ist ziemlich mächtig geworden! Scheint eine Art Ritual zu sein, die wir hier durchführen werden! Hm... Gesegneter Akkarat! Dein ewiges Licht beschützt mich! Dein göttlicher Rat leitet mich! Wandel ich auch auf dunklem Faden! Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht! Wir erflehen deiner Erlösung aus dem Abgrund! Mit dreien sie kommen! Mit dreien steht dein Weg offen! Mit dem Blut der Willigen! Uh, nice Transformation! Wir rufen dich heim! Mal eben den Inquisitor gemacht! Oder so ein bisschen Star Wars Inquisitor erinnert er schon! Komm! Äh... Dein ewiges Licht beschützt mich! Dein göttlicher Rat leitet mich! Wandel ich auch... Öffne die Augen! Ewiges Licht beschützt mich! 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 Und alle Antworten die du suchst sind hier! Gib dich hin! Spricht die Worte! Bring sie heim! Tu's nicht! Keine gute Idee! Wobei, doch tu's, sonst haben wir ja keinen Bossgegner! Mit dreien sie kommen! Mit dreien steht dein Weg offen! Mit dem Blut der Willigen! Wir rufen dich heim! 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 The murder of a Hamlet! Da erinnert sich noch jemand an Mass Effect 1, da gab es so Zwischensequenzen. Die erinnern mich da gerade sehr dran. Vorablich zumindest. Ja gut, das ist natürlich so das übische Adam-Bild. Oh, Lilith heißt die gute Dame, die wir da beschworen haben. Ich muss sagen, ich kann mich an die Story von Diablo 3 nicht mehr erinnern, was so lange her ist, als ich es gespielt habe. Okay, das ist schon episch, oder? Sixtinische Kapelle, das gewisse Adams-Bild. Daran natürlich angespielt. Gebenneteite Mutter, erlöse uns. Uh, okay, die sieht nice aus. Ich schätze mal, wenn wir gegen sie kämpfen müssen, wird es nicht mehr so nice. Bei Diablo 4. Oh, ich hab Bock. Coole Einleitung, finde diese Blizzard-Zwischensequenzen auch immer ziemlich nice. Und wir haben hier am Anfang die Möglichkeit, eine Klasse zu wählen. Wir haben hier den Barbar zur Auswahl. Der Barbar ist so dieser klassische Nahkämpfer halt. Der haut drauf, wie man ihn so schön könnte. Dann haben wir den Totenbeschwörer zur Auswahl. Der kann, Überraschung, Überraschung, Tote beschwören. Sieht man da unten auch schon. So Skelette, kann so Flüche und sowas machen. Dann können wir uns wählen die Zauberin. Die Zauberin ist, Überraschung, die Zauberin, die halt alle möglichen Zauber kann. Eis, Feuer, was weiß ich alles. Ich glaube, ich brauche mal nicht viel zu sagen, was eine Zauberin kann. Dann haben wir den Jäger. Der Jäger ist so eine Mischung aus Fernkampf mit Bogen und Darmbrüsten. Oder halt Nahkampf mit so schnellen kleinen Waffen wie Dolche und sowas. Also auch so die typische Jäger-Rogue-Klasse halt. Und dann haben wir noch den Druiden. Den sehen wir hier auf der rechten Seite. Der hat seine Wölfe da am Start. Er kann so ein bisschen Naturzauber, so, keine Ahnung, Blitze und Tornados und sowas kann der beschwören. Aber er kann sich tatsächlich auch in Tiere verwandeln. Also in so einen, ja, Bär oder auch in einen Wehrwolf, glaube ich. Auch eigentlich ganz cool. Ich tatsächlich, in Diablo 3 habe ich damals den Barbaren gespielt. Jetzt, den fand ich ganz cool. Aber das war halt nur so ein Nahkampf. Ich wollte halt so ein bisschen mehr zaubern. Wer mir hat auch gern lieb gewesen. Deswegen stehe ich jetzt tatsächlich vor der Entscheidung, den Totenbeschwörer zu nehmen. Oder die Zauberin. Eins von beiden. Und ihr habt tatsächlich abgestimmt gehabt, dass euch am meisten der Totenbeschwörer interessieren wird. Deswegen habe ich mich entschieden, den Totenbeschwörer zu nehmen. Für dieses Spiel. Wir werden uns, wir können natürlich erstmal hier so ein bisschen noch anpassen. Den Charakter sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Ich nehme tatsächlich eine weibliche Totenbeschwörerin. Was haben wir denn hier so zur Auswahl an charaktermäßigen? Soll natürlich böse aussehen. Okay, wir haben insgesamt acht verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die wir hier haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und die acht. Nehmen wir doch die hier. Die sieht schön untot aus. Kann man natürlich alles nochmal anpassen hier. Also jede Menge Möglichkeiten. Es gibt Gesichtsvariationen. Man kann die Haare anpassen. Man kann Accessoires anpassen, wie Schminke und Schmuck. Und man kann das Ganze fertigstellen. Hardcore Helden sterben. Unwiederbringlich. Kann man auch machen. Werde ich aber nicht machen. So, ich erstelle mir kurz einen Charakter. Und dann sehen wir uns gleich, wenn der Charakter fertig ist. So, Drabuna ist schon mal gelungen. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch mit ihr ein neues Spiel. Sanktuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanktuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Krähen. Auch immer wichtig in Diablo. Schöne Schneelandschaft auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es auf der PS5 tatsächlich spielt. Sonst habe ich solche Spiele eigentlich meistens eher auf dem PC gespielt. Wobei Sacred 2 habe ich auf der Xbox 360 damals gespielt. Aber Grim Dawn habe ich auch auf dem PC gespielt. Und auch Path of Exa logischerweise auf dem PC gespielt damals. Normalerweise sind solche Spiele ja auch eher an den PC angepasst. Beziehungsweise an der Tastatur. Ich bin gespannt, wie gut es mit dem Controller funktioniert. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr solche Spiele am liebsten drauf spielt. Pferde gibt es übrigens auch in dem Spiel anscheinend. Also man kann auch reiten, man muss nicht alles zu Fuß laufen. Aber zumindest noch nicht ganz am Anfang, glaube ich. Und kaputte Statuen gibt es auch. Oh, das sind wir. Wir sind in der Zwischensequenz. Was ist los, Pferdi? Was ist los? Nein, bleib da. Okay, das erklärt dann auch, warum unser Pferd weg ist am Anfang. Ich finde, dieser Charakter ist richtig cool geworden. Diese roten Augen, die sind schon nice. Sieht einfach aus wie aus Albträumen. Oh, apropos Albträumer. Das Pferd hat auch schon bessere Tage gesehen. Es ist sehr kalt hier. Macht sie jetzt das Town Town? Ich hoffe nicht. Oder hat irgendwas das Pferd aufgeschlitzt. Das Spiel ist übrigens ab 16, falls ihr euch das fragt. Oder irgendwer. Das sah gerade sehr wölfig aus. Und natürlich geht unsere Fackel aus. Können wir unser Pferd nicht einfach wiederbeschwören? Wir sind auch Totenbeschwörer, dachte ich. Das wäre praktisch, wenn man sein Pferd einfach direkt wiederbeschwören könnte. Aber ich befürchte, so funktioniert das nicht. Wir sind auf uns allein gestellt in der Kälte. Sie hat nicht den Town Town Move gemacht. Aus Star Wars Episode 5 und sich ins Pferd reingelegt. Aber es wäre wahrscheinlich auch niemand gekommen, um sie zu retten. Von daher muss sie sich jetzt selbst eine Höhle suchen. Die Frage, ob die Höhle vielleicht schon besetzt ist und jemand anderes darin erwartet. Aber sieht momentan nicht so aus. Anscheinend haben wir einen Ort gefunden, an dem wir uns kurz vorm Schneesturm erholen können. Bevor das nächste Übel auf uns wartet. Das nächste Übel sehe ich da vorne auch schon. Das ist ein Wolf, oder? Naja, irgendwas Mülfiges auf jeden Fall. Oh, okay. Du bist kein normaler Wolf. Okay, wir haben etwas Energie getankt und sind jetzt bereit, loszulegen mit dem Abenteuer. Oh, die Steine schauen so schön. Grafisch schön aus, doch mir gefallen die Steine. So, unsere ersten... Bewegungen können wir hier machen. Wir haben noch nicht so viele Fähigkeiten. Wir können noch... Was können wir machen? Noch gar nichts können wir aktuell machen. Okay, wir haben hier Behälter. Die können wir kaputt machen. Also erstmal so die Standardwaffen mit Schild und... Äh... Pike sind wir unterwegs von irgendwelchen Bergleuten oder so, schätze ich mal. Haben wir die gefunden, oder haben wir die selber mitgebracht? Keine Ahnung. Habe ich es vorhin nicht gesehen. Ich habe eine Zwischensequenz. Links unten sehen wir unsere Lebensenergie. Die große rote Kugel. Auch das Diablo-typisch auf jeden Fall. Oben rechts sehen wir die Karte. Berg in der Dämmerung sind wir. Und Obdach in einer... Nahen Stadt sollen wir suchen. Na gut, dann gehen wir mal auf Städtesuche. Hier haben wir noch einen Behälter gefunden. Immer alles kaputt machen. Oh, unsere ersten Gegner. Waage gibt es hier. Sie wagen es uns anzugreifen. Wie können sie nur? Oh, das ist nice. Also das... Die Geräusche schon, wie sich das anhört, die Musik und so. Alles ganz hübsch. Ah, die verlieren irgendwie Seelen. Wie kann ich die looten? Oh, nicht noch momentan anscheinend. Kann ich mir hier nur anschauen. Erklärung oder so bekommen wir noch nicht so viele. Lebensenergie ist momentan noch voll. Na, du bleib mal da. Bleib mal da. Jawohl. Bringt alles Erfahrungspunkte. Sehen wir unten die Leiste in der Mitte. Ah, da können wir interagieren mit dem Rucksack. Ah, okay. Da scheint aber auch nichts drin gewesen im Rucksack. Bleibt hier im Behälter noch mehr Glück? Nein. Nirgendwo war es drin. Mann, Mann. Finde es aber cool, dass die Karte oben schon aufgedeckt ist. Also man genau sieht, wo man hinlaufen kann. Oben rechts. Man weiß welchen Bereich es sich lohnt, quasi anzuschauen und nicht anzuschauen. Wobei sich das alles jetzt noch nicht so richtig gelohnt hat hier. Aber wir finden bestimmt noch schöne Sachen. Okay. Warum kriege ich Universal vorgeschlagen hier, dass sie eine Herausforderung abgeschlossen hat? Witzig. Dass mir andere Leute angezeigt werden. Vor allem die Dame kenne ich ja sogar. Die sagt mir ja sogar was. Die habe ich sogar mal im Real Life getroffen. Aber das ist ganz lange her auf einem GameStar Event damals. Ich gehe auch davon aus, dass sie sich nicht mehr an mich erinnert, weil ich vermutlich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Aber witzig. Warum werde ich mir hier gerade vorgeschlagen? Ich bin, glaube ich, nicht mit ihr auf der... In der Place seid ihr überfreundet? Ich glaube tatsächlich nicht. Keine Ahnung. So, anscheinend... Ah, das sind bloß irgendwelche Seelen, die da verströmen und nicht irgendwelche Sachen, wo noch Loot drin ist oder sowas. Die Gegner sind momentan auch noch machbar. Weg mit euch. In den Bäumen ist nirgendwo was drin. Können wir eigentlich rennen? Ne, richtig rennen können wir nicht. Können unser Leben theoretisch auffrischen, aber wir verfügen schon über volles Leben. Ah, wir können theoretisch ausweichen, können wir. Gerade gesehen den Ausweich-Move, den ich da gemacht habe. Und noch ein paar Waage. Ihr wagt, das nicht anzugreifen. Ich mag das auch, wie dieses Blut da rauszischt und so aus den Gegnern. Schon alles ganz hübsch anzuschauen hier. Mal gucken, wenn wir dann wirklich richtig zaubern können und sowas. Ah, ich hab gerade rausgekommen und drei können wir übrigens unsere Toten beschwören hier. Hat ein bisschen gedauert, aber ich kann Tote beschwören, die jetzt mit mir gemeinsam kämpfen werden. Oh, die sind schon ziemlich cool aus. Ich glaube, man kann dann später irgendwie auch... Na, man ist die Gegner schon deutlich schneller zu besiegen. Man kann später die auch irgendwie verbessern, dass die dann bessere Schilde haben und bessere Schwerter und sowas alles. Also das kann man alles dann weiter ausbauen. Auch andere verbündet sich noch beschwören und so, nicht nur Skelette. Aber die Skelette sind schon mal ein cooler Start. Ist doch schöner als Todbeschwörer. Man kann natürlich auch Multiplayer mit anderen Leuten spielen, aber so hat man immer wieder bei. Ah, okay. Anscheinend sind wir hier nicht ganz alleine. Irgendwelche Dämonenstreifen hier durch das Land. Der Schnee sieht echt cool aus. Zumindest haben wir schon mal einen Ort gefunden, wo wir uns vielleicht ein bisschen wärmer und ein bisschen Essen bekommen können oder sowas. Was geht hier vor? Was haben die anderen da für ein Zeichen über sich? Hm. Na gut, wir werden es rausfinden. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Ah, das war der Mönch aus der ersten Zwischensequenz wahrscheinlich. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Ah, hier ist die Waffenhändlerin. Ich habe sie aus Chiovashat mitgebracht. Schaden pro Sekunde. Reliktschädel kriegen wir hier. Okay, okay. Können wir uns sogar theoretisch schon leisten, aber ich glaube, wir werden erstmal mit den Gegenständen uns klarkommen, die wir so finden. So, was gibt's denn? Hier ist es nicht sicher. Ich würde mal hier weggehen auf jeden Fall. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse sammelt in diesen Ruinen seine Kräfte. Ich werde es vertreiben. Wirklich? Oh, vielen Dank. Unsere eigene Sprecherin bin ich noch nicht so ganz überzeugt. So, innere Dunkelheit. Ah, wir haben unsere Fertigkeiten, unsere ersten, bekommen. So, es gibt auch einen Shop, wo man irgendwie das Zeug kaufen kann, werde ich natürlich nicht machen. Ich habe eh die falsche Taste gedrückt. So, da ist unser Charakter hier. Der sieht echt cool aus. Ich mag unser Charakter. Noch keinen Titel gewählt, aber ich glaube, wir haben auch momentan keine Titel zur Auswahl. Äh, Fähigkeiten. So, unsere erste Quest haben wir auch abgeschlossen. verfügbare Punkte haben wir. Eine. Basisfähigkeiten verursachen. Ah, okay. Also, ursachter Schaden sind immer verfügbar. Also, diese Standardfähigkeiten quasi hier. Verspritzt das Blut eines Gegners und fügt ihm sieben Schaden zu. Okay, also so eine Basis-Knochensplitter können wir machen. Erzeugt, äh, Feuer drei Knochensplitter ab. Oh, also so ein Fernkampfangriff. Zersetzen. Reißt das Fleisch von den Knochen eines Gegners verursacht neun Schaden pro Sekunde. Hahaha. Und, äh, bildet aus dem Fleisch alle zwei Sekunden eine nutzbare Leistung. Leiche, ui, 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 ui. Okay. Vier, wo, äh, vier pro getroffener Gegner. Schwingt eine geisterhafte Sense vor euch und verursacht drei Schaden. In der Gegner. Oh, das sind so viele coole Fähigkeiten, die wir hier haben direkt. Puh. So, da kann man eine Blutkugel noch, äh, veröffentlichen. Ich glaube, ich probiere erstmal, äh, nutzbare Leichen, äh, beschwören. Ist sicher nicht verkehrt. So, äh, war aber erstmal alles, was wir hier verbessern konnten. Da unten, ihr seht, der, der Talentbaum ist, äh, sehr groß. Also, wir können da jede Menge, äh, Talente uns auf jeden Fall holen mit der Zeit. Ah, wir haben sie sogar schon zugewiesen. Auf X ist die quasi automatisch. Da sehen wir auf der Karte jetzt auch, dass wir den Shop und sowas alles freigeschaltet haben, da. Und wir werden gleich den Weg weiterverfolgen, wo unsere erste Quest sein soll. Die Krieger bleiben auch ziemlich lange da. Ich hab gedacht, die verschwinden nach dem Kampf direkt hier. Unsere Skelettkrieger, aber die sind direkt weg wieder. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm belegt hat. Der Weg ist versperrt. Oh, oh, der ist größer, der Bär da vorne. Können wir jetzt mal gleich unsere neue Fähigkeit hier testen. Oh ja, da können wir ihm die Energie entziehen quasi. Nice. So, können wir den Bär nicht gleich wieder beschwören oder so? Das wär nice. Oh, können wir uns gleich vier, können wir uns hier gleich beschwören. Ja, nice. Mit vier ist das natürlich noch praktischer als mit zwei. Das ist nice. Ich mag diese Fähigkeiten, die sie hat. Wollen wir, dass wir auch aus der Ferne Sachen kaputt machen können und so. Oh, Skelette gegen Skelette. Ich würde aber sagen, das Skelett-Duell gewinnt auf jeden Fall wir und wir haben Handschuhe bekommen. Neuen Gegenstand haben wir bekommen. Handschuhe ziehen wir direkt an. Schlechter kann es eh nicht werden, höchstens wärmer. Ich glaub, der Tempel oder was wird dann wahrscheinlich unser erster Dungeon auch gleich werden. So, weg mit euch da vorne. Heiltränke werden von Gegnern fallen und automatisch eingesammelt zu werden, wenn wir nicht die maximale Kapazität erreicht haben. Ah, okay. Wir haben, glaub ich, schon die maximale Kapazität erreicht. Ah ja, mit L1. Könnten wir theoretisch Heiltränke nutzen. Können wir aber nicht, weil wir maximale Lebensenergie haben. Ich glaub auch tatsächlich, dass wir nicht so einen Charakter haben, der viel Schaden bekommen wird. Also, wo wir irgend so was skillen müssen gegen Schaden oder so, weil wir natürlich meistens eher hinten stehen und unsere Minions hier für uns arbeiten lassen. Unsere Skelettkrieger machen den Job schon, hab ich gehört. Und dann geht's auch in den Turm. Die Ruinen des Frostgeholz. So, willkommen in unserem ersten Dungeon. In den verlassenen Hallen. Spielt sich echt gut. Es läuft auch richtig flüssig, das Spiel bis jetzt. Scheint mal ein Spiel zu sein, was bei Launch gut funktioniert. Wobei, Diablo 3, ich kann mich noch erinnern, damals war das mit den Servern total ein Problem am Anfang, als das Spiel rauskam. Weil einfach zu viele Leute drauf wollten. Ich tippe mal, das könnte hier auch wieder passieren. Aber ich spiele jetzt einfach zu einer Uhrzeit, die wahrscheinlich noch nicht so ganz typisch ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie die Server durchhalten hier. Ja, ob das dann auch wieder so ein Problem wird, oder ob hier alles problemlos funktioniert. So, Kiste haben wir gefunden. Noch ein paar Tränke, aber wie gesagt, mit den Tränken, das ist eher so ein Ding für einen Barbar oder so, der halt vorne die ganze Zeit drinstehen, die ganze Zeit Schaden bekommt. So, noch ein paar Skelette hier, denen wir hier die Lebensessenz klauen können. Aber die kommen gar nicht bis zu uns. Unsere Skelette retten schon vorher den Tag. Oh, ich mag die Karte oben, die ist echt gut. Sieht man immer sofort, wo man hin muss. Oh, man sieht sogar, wo man schon gelaufen ist, oder? Ja, sonst mit den letzten Schritten sieht man, damit man wieder weiterfindet. Aua, ihr geht mal da vorne. Mal kurz Schaden bekommen, aber wir kriegen, regenerieren auch gleich wieder. So, Stufe Nummer 3 sind wir geworden. Dann können wir direkt die nächsten Fähigkeiten-Punkte rausballern. Ich überlege gerade auch, ich... Ah, da kann man dann quasi noch so Spezialisierungen freischalten hier. Verbessern ist zersetzt. Wenn ein Gegner stirbt, während er zersetzt ist, halt jetzt 10 Essenz. Ah, okay, oder man kann das hier quasi noch stärker machen, das ersetzen. Äh, äh, ja. Das... Das zersetzen, oder man kann gleich eine neue Fähigkeit noch lernen. Ne, ich glaube, ich... Ich verbessere mal tatsächlich die Fähigkeit nochmal. Die hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen hier. Und das alles andere machen dann meine Minions hier. Da können wir gerade keine neuen beschwören. Wobei, ich kann nicht die eigentlich wieder... Die hier beschwören, theoretisch. Ah ja, die können wir theoretisch wieder zum Leben erwecken hier. Zumindest kurzfristig. Können wir da ihre Seelen nutzen. Weiß nicht genau, für was wir das brauchen, aber... Irgendeinen Sinn hat's bestimmt. Kriegt jetzt auch nicht so viele Informationen oder so, wie das Spiel funktioniert. Aber, äh, werden wir schon rausfinden hier. So, die Skelette machen ihren Job weiter da vorne und wir... Kämpfen uns weiter hier durch. Oh, Fässer sind doch zum Explodieren da. Nein. Bogenschützen... Oh, ah doch, die sind zum Explodieren da, die Fässer. Verwundbar. Ah, brennende Skelette sind natürlich gute Skelette. Ey, gehen nicht alle auf mich. Gehen nicht auf mich. Na, für den anderen. Vielleicht soll ich doch mal mehr Nachkampffähigkeiten lernen. So, hier mal kurz alle Seelen wieder rausholen. Passt, unsere vier Skelette sind auch noch am Start. Und hier gibt's... Ah, einen Heilungsbrunnen gibt's hier. Brauchen wir aber nicht, weil wir eh die ganze Zeit volles Leben haben. Ich glaube, hier geht's weiter runter. Höllenberührte Gänge. Oh, das klingt doch einladen. Ah ja, hier ist auch schon die Hölle da gewesen anscheinend hier. Hölle, Hölle, Hölle. Oh. Oh, weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Nervt wen anderen. Ich hab hier mit gar nix zu tun. Oh, hier scheint nix drin zu sein. Und anscheinend sind wir hier doch falsch gelaufen. Hier mussten wir noch... Ich brauche mehr Zeit. Noch gar nicht hin. Dann gehen wir mal nach da oben weiter. Ah, mittlerweile auch schon Stufe 3 Gegner hier. Aber auch damit wären wir fertig, würde ich sagen. Wenn unsere Skelette hier ihren Job gut machen. Ist schon cool, dass man vier Skelette gleich am Anfang schon beschwören kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das unsere Skelette wieder wahrscheinlich Lebensenergie auffüllt oder so. Keine Ahnung, was das genau bringt. Immer die wieder zu beschwören, die anderen. Aber unsere Skelette nehmen eh kaum Schaden. Also momentan ist das Spiel auf jeden Fall noch gut machbar. Aber ich denke mal, wenn dann die ersten Bossgegner oder so kommen, dann wird das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger hier. Mal geradeaus hier durchgehen. Mal gucken, aber so richtig viel gibt hier noch nicht zu finden. Das ist so geil. Einfach diesen Gängen. Meine Skelette blocken einfach alles. Und ich kann hier ganz entspannt durchgehen. Feuriger Gefallener. Oh, der kann anscheinend zaubern ein bisschen. Dann müssen wir unsere Skelette dann sogar zu viel draufhauen. Naja, fast alle unsere Skelette. Nein, unsere Skelette steht auch nur blöd rum. Wunderbar. So, was haben wir da gefunden? Teuflischer Gefallener. Mörser. Okay. So, ihr geht mal hier rein und kümmert euch um die hier. Ich mach denen daher fleißig Schaden dabei weiter. Näher uns auch schon Stufe 4 fast schon. Also, das geht auf jeden Fall rasant voran. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier in dem Gangen hier nicht ganz richtig sind, hab ich das Gefühl. Ja, dann machen wir noch ein paar Gefangene. Das ist praktisch. Man muss einfach nur die Taste gedrückt halten und visiert dann direkt die Gegner an die nächsten. Wenn wir uns hier um den Rest kümmern können. So, eure Seelen nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's hier nach oben weiter. Ein relativ langer Weg hier durch den Dungeon durch, aber das ist ja auch Diablo gehört ja auch dazu, dass man große Dungeons mit mehreren Etagen und sowas hat. Oh, da war das sogar ein Schamane der Gefangenen gewesen. Hat sich's auch schamant hier. Ah, so eine Truhe hier. Beilinge des Schreitens. Wir haben auch wieder neue Sachen bekommen hier. Teufelsches Folio ist besser als unser aktueller, als unser komischer Schilder. So ein Buch ist das, oder? Ah ja, so irgendein Schriftstück war das. Und was zum Anziehen haben wir auch was Neues gefunden. Konnten wir unsere Fellhose austalten. Jetzt haben wir einen Rock. Jetzt können wir die Gegner rocken. Ich denke mal, das geht nicht weiter. Und dann geht's plötzlich doch wieder weiter auf der Karte, weil man sie so langsam nach und nach freischaltet oben. Der Blick geht doch immer auf die Karte. In dem Raum ist hier nix drinne? Gar nix? Niemand? Okay. Dann? Dann eben oben weiter. Hier sind doch bei... Ja, das sieht doch so aus als hier. Teppich und so. Das lässt doch auf einen großen Raum schließen. Die Kammer der Berufung. Na, wenn hier mal nicht ein Bossgegner war, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, enthaupteter Priester. Oh, der hat seinen Kopf schon verloren. Ziemlich kopflos. So, feindlichen Angriffen drinnen. Oh, soll der vernarbte Baron... Baron. Oh, oh. Der ist gar nicht so schwach hier. Der hat gerade unsere ganzen... Hop, 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 hop. Der hat gerade unsere ganzen Skelette schon weggehauen. Gar nicht mal so gut. Ich glaube, wir müssen uns hier bald neue Skelette beschwören. So. Ah, schön mal aus den Gegnern, die gerade hier gekillt worden sind, neue Skelette beschworen. Ich versuche, mich auch durchgehend hier Lebensenergie abzuziehen. Ah, du gehst weg. Ne, ne, lass mal mich in Ruhe. Kümmer nicht mal um meine Skelette. Meine Skelette sind dafür da, von dir besiegt zu werden. Die Skelette machen auch ganz guten Job da unten, glaube ich. Solange sie halt leben. Und ich glaube, sie leben nicht mehr lange. Dann habe ich nämlich ein Problem, wenn sie nicht mehr leben. Oh, er macht wieder irgendwelche Zauber. So, ich will uns jetzt nicht so die Probleme machen. Wir müssen uns um diese kleine Hüllenbrut, müssen wir uns hier kümmern. Ah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Hüllenbrut. Ah, lass mich in Ruhe. Hüllenbrut, weg mit euch. Oh, shit, 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 so. Und dann gleich wieder unsere Skelette beschwören hier. Können wir auch einen Heiltrang trinken mal. Damit wir mal einen Heiltrang getrunken haben, trinken wir mal einen. Und jetzt können wir ihn auch besiegen. Jetzt haben wir unsere Skelette wieder. euch die nicht alle beschworen. Jawohl, Stufe 4. Wir haben es geschafft. Sense und einfacher Dolch sind sicher schöne Sachen. Aber ich glaube, die sind nicht so richtig. Wobei, Sense ist, glaube ich, sogar eine Waffe, mit der wir... Ach, wir können sogar noch ein Dolch und sowas können wir sogar alles nehmen. So, noch eine Brustschutz, eine neue Tunika, eine neue Rüstung haben. Das will ich verarschen. Das ist doch keine Rüstung. Die hat nichts an, die Dame. Also wieder ein klassisches Spiel wieder. Die gehen ja nichts anhaben. 62 Schaden pro Sekunde macht das Ding hier sogar diese Sense. Uh, da sind wir, der Sensenmann. Also die Sensenfrau in dem Fall. Nice. Ah, cool. Ich bin begeistert. So, was haben wir hier? Tiger des Frostgeholz. Ah, da kommen wir wieder raus wahrscheinlich hier. Haben wir sonst noch irgendwas hier drin, was wir tun könnten? Ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Okay. Den Boss haben wir besiegt. Das Übel... Oh, wo sind wir denn hier? Tiger des Frostgeholz, Stufe 4. Okay. Ah, ich habe noch eine neue Fähigkeit. Fällt mir da gerade auf. Sollte ich auch mal nutzen. Ihr habt den Zugang zu mächtigen Fähigkeiten erhalten. Ihr könnt es ja ansehen, wenn ihr schwenkt. Genau, das sind jetzt die neuen Fähigkeiten hier. Was ist da jetzt dazu gekommen? Gesundes Fleisch. Euer Schaden verfügt über eine Chance von bis zu 4% an der Position des Ziels, die Leiche zu erschaffen. Oh, okay. Gegner verdoppeln diese Chance. Okay. Ein Phantom von euch stimmt vor, was greift mit seiner Sense an. Okay, das ist wieder mehr Nahkampf. Entfesselt eine konzentrierte Pest. Uiuiui. Und für ein unregentliches Gebiet lässt es zurück. Entzieht Gegner ein Blut, was 13 Schaden verursacht und erzeugt eine Blutnova. Uiuiui. Da können wir schon ziemlich viel machen. Wirft eine Blutlanze. Das hier maximale Essenz um 3 erhöht. Aber der Schaden verfügt über die Chance von bis zu 4% an der Position des Ziels, eine Leiche zu erschaffen. Ach komm, wir erschaffen mal Leichen zufällig. Klingt doch ganz lustig. Für eine Totenbeschwörerin klingt das lustig, mal irgendwo random Leichen zu erschaffen. So, ich hoffe, sie sind zufrieden mit unserer Arbeit. Wir haben unsere erste Quest. Also es war schon die zweite Quest, aber die erste richtige Quest, die wir bekommen haben, haben wir erfüllt. Wir sind zurück. Was sagst du dazu? Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht. Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh. Es tut mir leid, aber wir, wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Oh, erstmal ein bisschen Party machen. Jawohl. Okay, das ist cool. Ach komm, wir tanzen nicht rumsitzen. Okay, wir betrinken uns einfach nur sinnlos. Wir sind diese Person auf der Party, die einfach nur rumsitzt und sich sinnlos betrinkt. Auch die muss es geben. Oh, das scheint ein starkes Zeug zu sein. Uiuiuiui. Oh, 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 oh. Besoffene Totenbeschwörerin. Das kann doch nicht gut gehen, oder? Erstmal ausgelockt. Kann man auch mal machen. Oh, die haben aufgehört zu tanzen. Ich hoffe, das war nicht ihr Plan und sie haben uns irgendwas ins Getränk gemischt oder so. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich möchte nicht als Opfergabe für irgendwelche Dämonen enden. Leute. Ich hoffe, ihr bringt uns nur zu einem angenehmen und warmen Schlafplatz. Nicht cool. Das sieht halt immer noch zu wenig an. Es ist verdammt kalt da draußen. Warum zieht sich das nicht immer was Gescheites an? Versteh einer die Spiele. Aber wir sind eh schon so halb untot als Totenbeschwörerin, deswegen spüren wir keine Kälte, hätte ich jetzt gesagt. Aber am Anfang hat sie dann doch gefroren. Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte seine Kinder auf dem Scheiterhaufen und eine Mutter formte aus der Asche ein neues Zeitalter. Oh, es gibt sogar Hunde in dem Spiel. Der ist sympathisch. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten. Ein Rudelämmer, das sich an Wölfen labte. Tränen aus Blut regneten auf einem Wüstenjuwel und der Weg zur Hölle wurde in zwei gerissen. Osven, ich glaube, wir werden hier keine Freude. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ratmas. Prophezeiung. Sehr cooler Anfang von dem Spiel, finde ich tatsächlich. Oh. Nein, wir wollen definitiv nicht da rein. Hörst du auf, wir wollen ja nicht aufgehängt werden. Nein. Böse, böse Dorfgemeinschaft. Weißt du, wir helfen ihnen. Wir retten sie von dem Monster und das ist der Dank dafür. Sie füllen uns ab und und führen uns in das Schlachthaus. Was ist los mit euch? So sieht aber keine Dankbarkeit aus. Da sind überall Körperteile und Kerzen und Blut und Ich hoffe mal, wir wachen bald wieder auf. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen. Bevor ihr sterbt. Oh, oh. Aufwachen. Ist noch nicht so weit. Aber gleich. So, wer bist du? Sie kommen. Das ganze verdammte Dorf. Aufstehen. Steh auf. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Da. Ergreift sie. Ah, da ist der Priester. Möge das Licht uns schützen. Oh, oh. Jetzt wird Rache am Dorf genommen, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Links oben geht es dann auch schon zum nächsten Video des Projektes. Rechts oben findest du die Playlist, wo du alle Videos des Projektes und meine Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.